Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ben & Ed. Wir applaudieren uns selbst. Der Sachse ist so unhöflich, das ist unglaublich. Hallo Sachse. Hallo Felix. Wir sind viel zu fasziniert von diesen Bewegungen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das werde ich die ganze Zeit machen. Hahaha. Wir dachten uns, so eine gemütliche Sportstunde wäre doch mal wieder angesagt, oder? Was legt man los? Wie legt man los? Trübst und rechts und links und rechts und links und rechts. Amir, dich fick ich auch noch. Ich würde denken, wir starten einfach, oder? Ich höre dich ganz leise. Ja, hallo? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Okay. Du bist sehr leise. Ich hab ein Niveau. Red mal lauter. Ich kann doch nicht durch die ganze Haus denken. Warum nicht? Nee, nee, nee. Okay, ich starte. Wir spielen, äh, Patoratower. Oh Gott. Ahem. Ich bin gespannt. Oh Gott, ich hab vergessen, wie es geht. Oh. Oh, so nicht. Hä, warum laufe ich nicht? Äh, ich kann nicht laufen. Ähm. Ich kann nichts machen. Hörst du mich zu? Hörst du mich zu? Hörst du mich? Ich hörte, schau. Ich kann nichts machen. Hörst du mich zu sparen. Mit Enter. Jetzt geht's. Ey. Patoratower. Warum ging das jetzt gerade nicht? Wo müssen wir denn hin? Oh. Ähm. Nee, so nicht. Ach Gott, ich weiß nicht mehr, wie das ging. So nicht. Ähm. Irgendwie, ähm, meine Steuerung nimmt's halt irgendwie nicht an. Ja, ist richtig. Nee, wirklich nicht. Nee, hä? Es nimmt nichts an. Wo muss ich denn hin? Äh. Da hoch. Da hoch. Warte, hier ist eine Spritze. Ich kann sie nicht nehmen. Und jetzt? Sag mir, dass wir komplett einkommen müssen. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's so schon mal nicht. Ich muss erst mal die Steuerung wieder rausfinden jetzt her. So schlag ich. So mach ich das. Oh nein, ich hab mein Dildo verloren. Die Probleme haben noch viel nixer. Hä? Wo bin ich denn jetzt hingesprungen? Wo bist denn du? Ich bin ganz oben. Wie? Schon ganz oben? Ja. Na, hopp. Ich. 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 Und wo müssen wir dann lang? Ach, da bist du. Habe ich dich jetzt gespritzt? Du bist ein Aussteiger. Es hat tatsächlich funktioniert. Toll. Stirb langsam. Schön. Ich. Nee. Nein. Nein. Scheiße. Ach Mist. Bist du schon im ersten Checkpoint oder was? Nee, ich bin gerade wieder runtergefallen. Gott sei dank. Ach, da bist du. Ah, nein. Nimm deinen Körper wieder mit. So, jetzt hat er ihn wieder mitgenommen. Oh. Nimm ihn wieder mit. Dieses Spiel, was kein Mensch braucht. Das Spiel ist großartig. Also wirklich großartig. Ich habe bei wenigen Spielen so viel Spaß wie bei dem. So. Dann alle, hopp. Weil viele aber wissen, dass du Schadensfrau bist. Was? Ich? Doch nie. Ich kann nicht respawnen. Checkpoint. Cheater. Oh, Kettensäge. Wo bist denn du? Ganz weit weg. Oh. 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 Gratsch. Ähm. Hä? Wo bleibst denn du? Ich geb' in Sicherheit. wie in sicherheit sicherheit gibt es nicht sicherheit ist eine lüge ich komme ja noch über gehabt ja du brauchst dazu deine beine und dadurch die vermutlich nicht mehr hast wird es schwierig da ist ein hammer und da ist ein hammer hua lauf ich hab's geschafft ich habe mein bein verloren aber dahin bitte so viel zu meinem geronimo plan kommst du heute noch es würde viel mehr spaß machen wenn du mit hier wärst und Oh nein! Scheiße! Oh Scheiße, Mann! Und quatsch! Kommst du? Nein! Komm mal bitte! Ich muss dir was zeigen! Schön für dich, ich will es nicht wissen! Sag dir, komm mal bitte! Na dann halt nicht! Schade, das hätte ja klappen können! Oha! Das war knapp! Okay! 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 Oh! Na gut! Aua! Aua! Wow! Geronimo! Und einmal da hoch! Checkpoint! Bist du noch da? Ich bin noch da! Du redest nämlich nicht! Ich bin konzentriert! Das ist voll traurig, wenn du nicht redest! Wieso bist... Wieso bist... Wieso bist du nur konzentriert? Bist du mich wo? Hä? Nein! Genau aus dem Grund! Weil wenn du mich abwechst, dann falle ich ohne! Ähm... Oh, du mit einer Scheißkurke! Hahaha! Hier, komm her mein Freund! Komm her! Hahaha! Ich hab mich jetzt extra weilt! Dieses Weil macht mich alle! Hahaha! Hahaha! Hashtag für nix als böse! Hahaha! Was machst denn du da? Hahaha! Mit den vielen Ups kann ich mich nicht konzentrieren! Ich krieg einen Vitaminshop! Gut, dann merke ich halt einen Stuhl! Hahaha! Oh Gott, ich liebe dieses Spiel! Hahaha! Hahaha! Ich treffe nicht! Da rüber muss ich noch! Ja ja! Die Gorken! Da ist ein Checkpoint! Und jetzt? Na, wieder zurück! Was hast du denn die jetzt gemacht? Hahaha! Du hast gar nichts versorgen! Das war ein Stuhl! Du bist so doof! Hahaha! Oh, nee! Hahaha! Du bist so gemäht! Hahaha! Ja, lach mich nur aus! Das war ein liebevoll hingeworfener Stuhl! Hahaha! Hm! Hast du es doch gleich geschafft! Oh man! Schön! Yeah! Siehste? Das lege ich dir kleinen Stuhl noch mit hin! Hahaha! Ach, schön! Schadenfreude ist die schönste Früder! Du bist sehr ruhig heute! Was ist denn los mit dir? Schadenfreude ist die schönste Früder! Wuhuu! Ja! Ja, komm! Ich bin fair! Ja! Gut! Dann will ich sagen, ich will mal die nächste Map! Wir hatten jetzt Padora Tower! Jetzt kommt... Ähm! Oh Gott! Was hast du tief am Mist gewählt! Woah! Oh Gott! Was hast du tief am Mist gewählt! Woah! Oh Gott! Wo bist du... Ich hab noch gar nichts gemacht! Da stirbst du schon! Hä? Hier gibt's gar keine Waffen! Oh! Doch! Wie nehm ich das? Äh, so nicht! So auch nicht! Oh! Ich hab mich versteckt! Wie? Geht's noch? Guck mal hierher jetzt! Guck mal hoch hier! Okay! Hallo! Wie nehm ich denn die Sachen? Guten Tag! Fuck! Ich weiß nicht wie ich die Sachen nehmen kann! Na mit E! Äh! Und Controller? Keine Ahnung! Oh! Ich fliege! Was machst denn du? Wo bist du denn hin? Guten Tag! Was ist denn das? Guten Tag! Äh! Was wird denn das, wenn's fertig ist? Geflastik! Wie machst denn du das? Turnen bis zur Orden! Ich bin in der Sportgruppe! Ja! Ist nur doof, dass die Zeit abläuft! Jetzt wirst du das! Geschieht recht! Ich weiß nicht mehr wie ich Sachen nehmen kann! So nicht! So auch nicht! Nein! Ich glaub ich muss die gar nicht nehmen! Der Sachse stirbt! Achso! So auch nicht! Ne, so ist mein Kopf! So ist Rennen! So ist Ducken! Aua! Ähm! Ich weiß leider wirklich nicht wie ich das nehmen kann! Aber ich hab's doch grad angenommen! Ne, das ist ne Rolle! Das ist springen! Ah! Alles da! Wo bist du hin? Lass mich! Ich bin der Regenwurm! Lass mich! Bist du noch gar nicht! Komm her jetzt! Ah jetzt! Jetzt bin ich der Regenwurm! Oh ja! Wo bist du denn hin? Wo bist du denn hin? Will ich sagen, beend mal die Folge für heute! Jetzt bin ich noch zwei Spiele hoch! Ne, 16! Aber ich würd denken, bevor wir dann in der nächsten Runde wieder ewig brauchen! Ach schon! Ich hör dich nicht! Hallo? Ja! Hallo? Ja! Ich würd denken, dass ich gleich in Sachsen, da wir den Durst noch so abgehackt hören! Hallo! Ja! Ja! Ja!